Hallo und herzlich willkommen bei Virtus.sues und einem neuen Let's Play von mir. Danke, dass ihr schon mal wieder eingeschaltet habt. Wir spielen Fortnite, Battle Royale und ich würde sagen, wir probieren einfach mal unser Glück. Wir starten direkt ein Spiel, also bleibt mal dran. Ich habe gar keine große Ahnung von dem Spiel selber, muss ich ja zugeben. Ich hoffe, dass sie einen mehr verziehen. Wie geht denn sowas? Ich muss das auch machen. Okay, da geht es auch schon los. Die Frage ist, was ist das Ziel der Sache? Ah, die Klappe. So was liebe ich ja immer bei Online-Spielen, ne? No offense. Und we're gonna take house. Ich get it to loot, loot up and we'll go for the kills. Wird schon irgendwie ausschalten? Do-do-do-do-do-do-do. Pump, pump, let me get it. und wir wollen nicht aber welt sagt mei jr.i flippen legend 27 dauernd messer fiel wir sind ja wir haben nix Wir versuchen den damit wegzusprengen, aber ich glaube, das wird nix. Oh, für Gott sei Dank, unsere Team ist das Schlimmste. Oh, halt doch mal die Klappe, oh girl, ist ja ekelhaft. Okay, wo war er? Ich glaube, er war hier. Titanbeam, lass uns gehen, ich kann den Loot sehen. Lange Bahn. Warte für mich, doch. Don't go in yet! Okay. So viel dazu, das war die erste fleißige Runde. So, krieg ich dich jetzt irgendwo ausgeschaltet, das kann ich nix machen. Man sieht hier so wenig. Willst du das? Ja bitte. Korrekt, jetzt können wir noch ein bisschen weiterspielen. Korrekt, jetzt können wir noch ein bisschen weiterspielen. Ja, der scheint schon gut dabei zu sein, ne? Mal hier noch Waffen. Fallen haben wir hier auf jeden Fall. Aber keine Waffen. Da ist mir jetzt ein bisschen was zu. So. Ne, kann sie Klappe halten. Mal hier hin zu lassen. So, das ist auch mal gut. Ein bisschen heilen schnell. Vielleicht überleben wir ja wenigstens. Das wäre ja ein Anfang. Kiste, haben wir alles weg. So, jetzt heißt es, wir abwarten. Und Tee trinken. So ganz verstehe ich das Spiel manchmal auch nicht. Das ist so. Das verbaut sich da drüben ein. Der läuft dann in die falsche Richtung. So. Wo willst du hin? Das hat doch keinen Sinn. Sieht hier schon mal kein... Doch, da. Nein, 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 nein. So, vorsichtig. Guck mal, ob wir an den rankommen. Shit, so zu viele. Ah. Gut, der Versuch war da. Definitiv. Ich sag mal, so für die erste Runde jetzt, viel nicht schlecht, oder? Immerhin hier. Der Aufstieg. Juhu. Deines Teams 15. Ah, mein. Die erste Runde im Battle Royale-Modus. Kein gekillt, aber was erwartet ihr? Das ist mein erstes Spiel. So nach dem Motto. Dann machen wir direkt nochmal eine Runde. Noch einmal ein bisschen Zeit. Zwei Gegner von 10 eliminiert. Ich hatte vorher eine Runde. Die war aber besser. Das war aber auch ein anderer Modus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die mal gleich sind, aber da muss. Ist ja auch eine geile Waffe. Ja, dass man die nicht behalten kann. Dann gehen wir mal da rein. Das könnte sogar was sein hier. Ich kenne mich ja, wie gesagt, nicht so aus. Tom, die kommen jetzt auch. So, geht auch. Juhu, direkt mal eine Waffe hier. Sehr gut. Was stärkeres. Ein Schildtrank. Auch mal gebrauchen. Das ist ein bisschen Holz. Oh, nur drei Spieler. Ich frage es, wo die sind. Ah, ne, hier, guck mal. Hier haben wir ein Ziel. Da müssen wir rüber. Okay. Rennen wir doch mal dem hinterher. Oh, da ist ein Spieler raus. Okay. Mal schön laufen. Da geht es auf jeden Fall richtig zur Sache. Okay. So, ja, hier durch die Mitte laufen wir jetzt nicht. Die haben alle sich schon ein bisschen aufgepumpt. Gib ihn. Ein paar Waffen holen hier. Da rauf, jedenfalls einer dran. Ah, ist gleich im inneren Kreis. Die Frage ist, wo die anderen sind. Oh, guck mal. Da war schon was Rotes. Oh, die kriegt was ab. Okay, der ist hinüber. So, mal hier lang mein Glück. Hier wird beobachtet. Ist das das Beobachtet-Symbol? Der Kampf stimmt von da, aber ich sehe nichts. Wir sind wie mitten im Mobil alleine. Okay, da ist hinüber. Da wird geschossen. Was macht der denn da? Der springt da rüber. Okay, da sind sie alle auf jeden Fall. Das habe ich noch nicht gesehen. Und hier ist hier nur einer. Jawohl, ja. Der ist auch tot, ne? Läuft. Jetzt in Deckung gehen. Nur nicht auf mich schießen. Einen haben wir dann niedergemäht. Das ist schon mal gut. Okay, wir müssen weiter rein. Okay, wir müssen weiter rein. alles mal blau holen kommt keiner wir sind so shit nein rette mich sehr guter Junge machen platt verdammt nochmal hey komm mal die Runde war gut oder so und damit soll es das auch heute gewesen sein ich meine wir haben echt ein bisschen was gerissen wie ich finde für einen Anstieg nicht verkehrt nicht verkehrt ich hoffe euch hat es aufgefallen wenn ja und schon kann man ein Däumchen ich sage also ein paar Folgen werde ich auf jeden Fall machen wenn es euch gefällt immer mal wieder einschalten bis dahin und tschüss